So ist wieder Freitag und so ist wieder Inselhaus. Ja, jetzt gehen wir mal hin und gucken mal. Der müsste da hinten bei Zawala sein und so, weil da stehen sie ja auch schon alle. Mal gucken, was er dieses Mal dabei hat. Vielleicht auch mal schön ist. Da ist es mal. Äh, was haben wir denn da? Vermächtnis N-Gramm, schwere Waffe, wieder 31 Münzen. Ja, jetzt lass es lieber erstmal. Dann eine überwindbare Schädelfeste, Titanenhelm. Okay, Intellekt 36, Stärke 31. Erhalte eine zusätzliche Nahkampfaufladung. Ja, da keine Dunkelheit mit Nahkampfkills zu beseitigen, gewährt Bonus Superenergie. Wenn du Sphären aufhebst, erhältst du Bonus Nahkampfenergie. Ja gut, den Helm habe ich sowieso schon. Brauche ich auch nicht. Äh, Schwachkopfradar. Den habe ich noch nicht, aber brauche ich glaube ich auch nicht unbedingt. Weiß nicht. Intellekt 34, Stärke 35. Das Radar bleibt beim Ziel mit Primärwaffen sichtbar. Da keine Dunkelheit mit Nahkampfkills zu beseitigen, gewährt Bonus Superenergie. Deine Gesundheit wird wiederhergestellt, wenn du eine Sphäre aufhebst. Ja gut, aber ich glaube ich habe genug Helme. Was haben wir hier? Für den Warlock. Die Clown ist Amkara. Ahamkara oder so, keine Ahnung. Panzerhandschuhe. Stärke 50. Gut, ist halt nur Stärke, ne? Wenn man die jetzt braucht, ich glaube eher nicht. Ich meine Warlock spiele ich eh nicht, aber Stärke? Hm, ich glaube eher nicht. Erhalte eine zusätzliche Nahkampfaufladung. Er wird das Nahkampfangriffstempo schnelleres Nachladen, wird Automatik gewährt. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die Handschuhe sind nicht so toll. So, da haben wir hier noch ein exotisches Engram für Panzerhandschuhe. 19 Münzen, da hole ich mir mal eine von. So, dann hier die üblichen Sachen. Drei der Münzen, muss ich mir auch noch nachholen. Da habe ich mir schon mal jetzt. Es gibt es immer fünf Stück. Hier sind die Münzen über zehn. Kann man ja auch nochmal anwenden, irgendwie bei Ultras oder bei mich engen Gegnern. Dann hier schwere Munitionssynthesen. Eine Münze für drei schwere Synthesen. Und hier die Antriebe für die Sparrows, die man ja auch eh kennt. Aber ob man die braucht, weiß ich auch nicht. Ich brauche sie auch nicht mehr. Weil ich habe sie eigentlich schon alle damals gekauft, wo ich irgendwie tausend Münzen hatte oder so. Und hier Material eintausch gegen zwei Münzen gegen einen Lichtpartikel. Also, hä, braucht man auch nicht. Naja, das ist und war der Agent der Neuen. Steht halt hier rum, wie immer. So, jetzt gehen wir nochmal schnell so ein Gramm eintauschen. Vielleicht beglücken, kommt mal was Schönes raus. Ich glaube, mit höheren Angriffswerten wahrscheinlich eher nicht. Aber man muss das ja auch immer infundieren. Leider. Ich habe meine Arbeit schon so lange, weiß auf dich auch. Ah, toll. Ich kriege dich nicht brauche. Naja, ich spiele eh kein Bohrlox. Natürlich super. Danke. Ah, die haben 310, verdammt. Infundieren, sag ich mal. Infundieren, das ist gut für infundieren. Das heißt, ich hole mir jetzt nochmal ein. Vielleicht kriege ich noch was mit 310. Ich probiere es nochmal aus. Also, das ist nämlich zum infundieren von irgendwas. Damit ich hier nochmal ein Level aufsteige. Das ist natürlich die Frage, was. Ja, ich habe gleich 2. Shit einen drauf. So, ich werde jetzt aber gleich zum Krypteirchen gehen und erstmal einen einlösen. Dann wieder weg, also von ihm weggehen und nochmal einlösen. Weil einige sagen oder haben geschrieben, dass man nicht die ganze Zeit, also die ganze Zeit den angesprochen lassen muss, beziehungsweise, dass man da im Menü ist, sondern erstmal die Einsache einlöst. So, die Einsache einlöst. So, dann kurz eben ausmacht das Menü und dann wieder rein. Was soll ich was bringen? Keine Ahnung. Ich probiere es jetzt. Mach ich später. Rangaufstieg mach ich später. Okay, nochmal. Mal gucken, was die für Werte haben. 92, 92. Ja, Mist. Geht also nicht immer. Okay, gut. 1,310 zum Imponieren gekriegt. Das ist ja schon mal gut. So, das war es jetzt auch. Danke fürs Zuschauen. Macht was draus.